ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das ist dein Geist, der Erste. Das ist dein Geist! Ja, das ist dein Geist! Das ist dein Geist! Du bist ein Geist! Du bist wirklich? Wow! Wow! Das ist so cool, das Spiel! Das ist echt süß gemacht, ey! Wie nennen wir ihn denn jetzt? Wir nennen ihn jetzt einfach mal... Wir nennen ihn jetzt einfach mal Artis. Und ja, ich werde allen meinen Abonnenten, die ich kenne, einen Namen geben. Bis dann ist es bereits vorbei, ist es nicht klar. Stimmt. All meinen Vertrauten werde ich einen Namen geben, von Leuten, die ich kenne. Oh Gott! Sind ja nicht so viele! Bitte red nicht so, du machst übelste Ausschläge. Sehr gut! Und dann kann ich ihn die Eugen des Gegners. Weil, die Eugen... Also ist es eher die Eugen des Gegners. Für mich ist unsere Eugen des Gegners. Und dann ist es eher für Sie, dass das Beste. Für dich... Für dich das Beste ist... Für dich... Für dich... Für dich... ... Für dich... Wir haben da jetzt schonmal noch einen Heilzauber und einen Vorausshauber gekriegt, das ist doch nicht schlecht. Nein, nur kannst du dir sonst noch nicht drücken, um das Trommel zu öffnen, ganz klar. Sehr schön. Oh, ey, geil. Vor allem, der sucht wohl Streit, der kommt bloß angerannt, hallo? Allein gemacht, Leid. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das ist doch. Oh, das ist doch. Oh, das ist doch. Nee, geht ja ganz schön ran, das Lähne. Was ist das, wenn du das? Ja. Ja. Oh, das hat Stufe 2 erreicht. Oh, das wird so lustig. Oh, das wird so lustig. Cool. Oh, das wird so lustig. 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 Cool, cool, cool. Guck mal an den Kreaturenkäfig. Oh, das wird so lustig. 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 So lustig. Also, ich will... Oh, das wird so lustig. Oh, das ist so lustig. Oh, das wird so lustig. Oh, das wird so lustig. Actually, das wird so lustig. Ja, wir sind da noch am Anfang. Oh, ne Truhe. Weißbrot. Yay. Machst du ein paar Kämpfe ohne Schlechte, ey. Bisschen Leveln. Ja, da läuft doch was. Yeah. Ein Grinserhase. Ja. 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 Bis zum Glück! Boah, das wird knapp, Dude! Kuchen! Ich nehme hier ein komisches Weißbrot oder so. Haha! Erwischt! Ich kann nicht verlieren! 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 Geh! Wo werde ich ihn damit aufziehen, ey? Auf jeden Fall! Truhe! Oh, super ey! Leck mich doch! Kann ich dann bestimmt aufmachen, wenn ich gegen den Werster gewonnen hab? Oder wenn du genug Mana-Punkte hast! Ist ja nicht genug ne Truhe! Ja! Gibt's aus! Bin ich gerade nicht da vorbei gerandert oder was? Wieder mal vorne! Aber da müsste ich halt wirklich oben gucken, ey! Oh! Ach, aber das... Das packt der Kleine! Oh, das packt das! Jo! Der abgeht, ey! Oh! Ein Trink der Schokolade! Oh! Schoki! Ach! Ach stimmt, da kann ich jetzt auch das verwöhnen! Jo! Oh! 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 Hey! Hey! Ach Tricks glaube ich, ich bitte euch! Ach Tricks ist das? Was ist ja nix ist das? Tricks Schmetterschlag Lichtsichel Kieserregen Sandschroester Sandschroester Stufe 5 Gibt's das nächste? Stufe 10, Stufe 20 Ja Stufe 5 Stufe 50 Warte mal Nee Was denn? Super Trick Klingwirbel Aha So mein kleiner Ortis, was kriegst du denn jetzt von uns? Nee Er braucht einen richtigen Angriff Na, du kriegst jetzt Schokolade, mein kleiner Oh, da ist er! Oh Gott, ist das niedlich! Oh Gott, ist das süß! Oh Gott, ist das süß! Oh Gott, das ist ja jetzt schon klar, ne? Da würde ich jetzt immer damit aufziehen! Na und? Na und? Jetzt Gefe Ah Oh Gott tree Ich hoffe, wir hat mal so Weißbruch essen müssen, oder? Habe ich das schon so hingesagt? Ah, nein. Boah, das ist halt ordentlich. Die haben auch ordentlich rein, du. Das ist doch ganz ehrlich, also... Ruhe! Ja! Ich will nur. Dranz ist wieder dran vorbei. Der Eisbruch ist sehr schön. Also, in der ersten Stadt können wir uns ein paar Weißbrote mit Weißbroten eindecken, wenn es die Zukunft gibt. Oh, ich will Ausrüstung für Ortes, ey. Hoffentlich können wir die Ausrüstung wechseln. Ich will dir ein übelst fettes Schwart geben. Naja, klar. Hast du gesehen, dass du da... Ja, aber ich will das aber auch sehen, dass das ein größeres Schwart ist. Ach so. So. Das werden wir dann sehen, ob du das siehst. Okay, das ist ein Züpfelchen für dich ja übelst niedlich. Nein, nein, den großen. Der ist wahrscheinlich ein bisschen... Aha. Passe aber auch auf die Ausdauer von dem Aufnahmreich. Ja, ja, ich bin da schon dabei, keine Ahnung. Ne, ich sag's nur. Du musst dich auf vieles konzentrieren, ja. Das ist... Das brauchen wir so einfach. So, alle Bildstoffe 4. Ist auch schön. Cooler Eisbücher. Scheiße, der hat fast gesehen. Mist. Verdammt. Ich werde nicht verdienen. Ich werde keine Ahnung. Ich werde nicht verdienen. Steu ich. Toll gemacht, Adel, ich krieg den Keks. Wenn ihr siebtest, kriegst du alles noch. Ah, wer ist da? Ah, wir haben auch Speicheln zwischendrin, Speicheln ist immer gut. Man weiß nie, was kommt. Genau. Das ist schon eine Schnellreise oder sowas. Kann doch nicht, das kann ein Tor schon hoch sein. Das könnte ich mitnehmen.